Der Align.me Interactive Bra eignet sich gut zum Sport und um Spannungen sowie kleine körperliche Beschwerden im Alltag und bei der Arbeit abzuhelfen. In diesem Video können Sie sehen, wie Sie den Interactive Bra anziehen. Lassen Sie einen Arm durch den Ärmel gleiten und führen Sie den BH hinter den Rücken. Führen Sie jetzt die Seiten zusammen und sichern Sie den Reißverschluss. Mit Ihrem Daumen und Zeigefinger halten Sie an beiden Seiten des Reißverschlusses unten fest. Ziehen Sie die Brust ein und schließen Sie den Reißverschluss, während Sie mit der anderen Hand weiterhin festhalten. Verschließen Sie den Schiebergriff, indem Sie ihn nach unten klappen. Der BH sollte eng sitzen, aber es sollte nicht unangenehm sein. Die Passform wird immer individuell sein, aber in der Regel sollte insbesondere an den Schultern und Schulterblättern keine Falten entstehen.